Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Antriebe sind unser Thema. Wir gehen gerade durch die verschiedenen Betriebsarten. Heute haben wir das erste Mal einen Betrieb, wo wir laufend durchlaufen. Also wir haben praktisch eine gewisse Leistung zur Verfügung. Eine gewisse, eine weniger starke Leistung. Und einmal mehr Leistung. Und zwischen diesen beiden Leistungen pendeln wir hin und her. Pendeln wir hin und her. Das heißt, ich gehe da nach oben, bin eine Zeit lang auf der hohen Leistung, gehe nach unten, bin noch eine Zeit lang auf der niedrigeren Leistung. Und so wiederholt sich das periodisch. Okay. Wiederholt sich periodisch. Das sind die zwei Leistungen. Da fahre hin, das ziehen wir mal runter. Diese Punkte. Der Einfachheit halber nennen wir das wieder Spielzeit und Betriebszeit und Stillstandszeit. Obwohl es nicht wirklich ein Stillstand ist. Also das hier ist wieder diese Spielzeit. Das TS. Dann da haben wir die Betriebszeit. Und da haben wir das TST. Aber praktisch die gleichen Bezeichnungen wie das letzte Mal beim Aussetzbetrieb. Ununterbrochener Betrieb. Wie schauen wir da aus mit der Temperatur? Nun, wir pendeln praktisch zwischen zwei Werten. Das heißt, wir haben da unten einen Wert, einen Minimalwert. Und viel wichtiger natürlich, haben wir da oben einen Maximalwert. Irgendwo. Das ist das Theta 1, der Maximal. Und da, während der Zeit, werden wir uns erwärmen. Und während wir irgendwo hinkommen, werden wir einen Ausschnitt aus dieser Wärmungskurve sehen. Und während der Zeit, werden wir abkühlen und werden einen Ausschnitt aus dieser Abkühlkurve sehen. Und so schaut halt das aus. Da werden wir da immer so nach oben und da immer so nach unten. Es ist, schaut nicht nur so aus wie ein Tiefpass. Es verholt sich natürlich auch so. So ist die Temperatur. Nun, und wie, welcher Moment oder wie mache ich das jetzt mit der Auslegung? Nun, dieses Mechanische, das P da, das ist das PS6, dividiert durch Omega, mechanisch, Drehzahl. Also nicht das Drehfeld, sondern nicht die synchrone Drehzahl, sondern das Mechanische. Das ist ja nichts anderes, wie praktisch das Moment von diesem Betriebsrat, das durchschnittliche Moment. Und das durchschnittliche Moment, das berechnen wir so, wie praktisch 1 durch T0, Integral von 0 bis TS, über die ganze Spielzeit. Und da nehmen wir das Moment von T zum Quadrat. Okay, also wie der effektiv wird. Das ist praktisch die Auslegung. Okay, das gilt, wenn die Erwärmungszeitkonstanten und die Auskühlzeitkonstanten wesentlich länger sind. Also wenn Tau E viel größer TS und Tau A viel größer TS. Also wenn die beiden Zeitkonstanten einfach viel größer als die Spielzeit sind, dann kann man das so rechnen. Weil dann haben wir eigentlich nichts anderes, wie einen Tiefpass. Ununterbrochener Betrieb. In diesem ununterbrochenen Betrieb haben wir anscheinend keinen Einfluss in eines Beschleunigungs- oder Bremsvorganges. Das nächste Mal werden wir uns ja anschauen, wie das ausschaut, wenn wir beschleunigen und bremsen müssen dazwischen. Also machen wir da eine Kupferleine und da praktisch gehen wir ins Negative. Das würde unser nächstes Thema werden. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.